Swipe, was habe ich noch nie gesehen? Überall nur Früchte! Donkey Kong ist wieder da mit einem großartigen Abenteuer. Donkey Kong 64. Mit besseren Grafiken, mehr Moves, gemeineren Gegnern und riesigen Welten. So riesig, dass das Expansion Pack gleich mitgeliefert wird. Donkey Kong 64. Und du dachtest, der Irre geht's nicht mehr.